Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute das komplette Salzbuben-Squad, oder Dalu? Ja, wir haben gewechselt, oder? Ja, wir haben nämlich jetzt Dena gegen Max getauscht und Philipp gegen, wer war der andere nochmal? Wir wissen es gar nicht mehr, Alter. Irgendeiner von den Peets-Meets. Irgendeiner von den Peets-Meets. Und wir freuen uns, es ist richtig, den neuen Spielmodus Beständiger Storm zu spielen, den wir noch gar nicht gespielt haben. Beziehungsweise ich habe noch gar nicht gespielt. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier geil wird. Okay, Dalu, was geht in diesem Spielmodus ab? Erklär doch mal bitte. Die Zone schließt sich die ganze Zeit. Also man hat 15 Minuten Zeit, dann ist der Modus so oder so zu Ende. Also die Zone ist jetzt schon da und geht dauerhaft zusammen. Und wo landet man denn dann am besten? Landen kannst du eigentlich überall, weil du bist schneller als die Zone. Aber man wird einfach nur durchgehend zusammengetrieben quasi. Genau. Und in der Mitte gibt es einen riesen Clash und alle bringen sich gegenseitig um am Ende. Und die Zone immer zehn Schaden. Zehn Schaden? Stimmt. Du darfst wirklich nicht außerhalb der Zone sein. Damn, Bro. Du stirbst Insta. Okay. I'm gonna go salty, okay? Ja, okay. Ich gehe Crackhouse. Dalu ist auch Crackhouse. Ja, natürlich. Ich bin auch im Fußball vor dem Crackhouse. Einer kommt unten zu uns ins Crackhouse. Hinter dir, Dena. Ah, ihr habt noch die volle gemacht. Der Schaddi. Er ist hier hoch. Einmal mit der Picke hauen. Einmal mit der Picke. Wo ist der denn? Nein! Wo ist denn der? Nein, Dalu. Genau hinter euch, Dena. Da, genau. Ein Schlag hat gereicht. Im Haus kämpfen die? Ich hab einen drin. Ich brauch die Waffen, so. Juhu! Komm mal hoch, ja! Upsi! Nice one! ADHP. Hinter dir schon einen Stein. Ja. Ein Töt. Pressiv. Und dann und eins. So, unsere Trappe, unsere Trappe. Ja, hab ich. Upsi! 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 Philipp, du kannst es tun! Philipp! Philipp! No way! Philipp! Du! Upsi! 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 Ja, aber es war gut bis dahin. Ja, wir sind gerusht wie Vollidioten halt, ne? Da unten war auch voll Haus. War komplett voll Haus. War komplett voll Haus. Bumm! Wir versuchen das normal ins Zoll, die Jungs. Das läuft auf jeden Fall schon mal. Das ist super geil hier. Okay, einer ist unten im Kaputhaus. Ach komm! Hier ist wieder keine Waffe. Unten im Erdschalter. Ist das Haus hier noch gut? Ja, du kommst mit mir. Wenn du willst nicht mehr. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist das denn? Klautern ja einfach. In dem Haus drinne? In dem Haus drinne? Vor euch? Ja. Oh, scheiße. Nice. It's done, it's done. Im Keller, Philipp? Ach so. Ja, dann... Yes! Haha, hab ihn von hier bekommen. Was macht ihr alle unten in der Höhle? Unter der Treppe. Moin! Ach, deswegen seid ihr hier. Nett. Auf der Berge östlich. Ah, hinten der mit dem Absitz. Ja. Ah, hinter dem Holz. Baum. Äh, recht, recht. Was ist das vielleicht? Was ist das? Oh, gib mir das. Ja! Habe mich, Kleiner. Oh, Bro! Bro! Dalu, Alter, nee! Dalu! Dalu, Junge, nein! Unfair, Alter! Dalu, ich geb dir sogar Munition, Alter. Und du ziehst das mit mir ab? Wie er sie angeguckt hat, die Mauer. Dalu, gib mir wenigstens mal ein bisschen Munition für die Schalli. Dann bin ich zufrieden, Alter. Ich hab zwölf Schuss, aber... Ja, ich hab fünf, Alter. Ich geb' ich dir was. Mann! Das war echt, das war echt dreist. Oh, neben der Döner? Döner, neben der Döner. Wtf? 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 Wtf. Wtf ist Preview! Wtf. Wtf? 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 Fuck hell playing with you Okay, irgendwie, also, ich meine die Zone macht mir so viel Angst, ne? Äh, Gegner Osten Und aufm Berg wieder Oh, ja, moin Ich bin da Nein Ich komme mit Hilfe Alles hin for one Es ist noch einer, unten bei dir, Rebi Rebi ist down, der finischt ihn Nein, ich glaube, ich glaube Nein, nicht heute Ich habe ihn mit dem neuen Shotgun für eine fucking Damage Eine Damage Alter Ist das dein Gegner? Alter, geile Sau West? Ja, westlich hinter dem Dildo Berg Dildo Berg? Ja, Dildo Berg Das ist ein Dildo Berg Ähm, ja, kann man so nennen Ach so Deine Mutter ist Dildo Aua, that hurts Ufff, was war's das denn? Ufff Öff, öffnen dein Dildo Äh, hinter uns Osten Direkt Klaus 75 Direkt hier in diesen Kasten Der fällt Zwei von ihnen Zwei von ihnen Zwei von ihnen Oh mein Gott Dolma hat wiederum Ich hasse mein Leben Der letzte Gegner links von Blauhaus Ich dachte, ich habe ihn gesehen Ufff Jesus Nein, der war alleine Ich weiß nicht, ich kenne Ich kenne nur, ich kenne nur Oh, die sind eigentlich da Holy shit Ich wusste das Jetzt warten Warte Hans, Junge Warte Oh, mir einfach nur ein Die Zone kommt Bau mir nur ein Immer nur bauen Ich weiß, ich weiß Oh Felix, nice Den Kill gesnackt, Alter So kennt man ihn Muss man die Statistik auch besser haben Wir haben eine richtige Kackrunde heute Junge, mir wurden auch alle Kills wieder weggenommen Ich beschwär mich ja auch nicht, Alter Alter, wir wurden so die Kills geklaut, Alter Wir haben jetzt den letzten Alter, aus dem Weg hier Oh, Moin Nein! Wieder bei Erfolge Es ist einfach viel zu leicht Du bist zu gut Ja, das ist leider so Ey, er stirbt Nee, ich geh rein Nein! Der hat ihn noch bekommen Mann, Alter Ja, nice one Ich würde sagen Das ist Da machen wir noch eine von Salzig Gehts Weiter! Warum starten wir eigentlich immerhin Salty Mit dem Crackhaus Weil wir die Salzbuben sind, Felix Aber ich bin gar kein Salzbube Ihr habt mich nur hier reingelockt Ich denke zwei oder drei Gäge nehmals Oh Mann, ey Da! Keiner mehr unten? War's das? Sicher? Was? Oh, ey, 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 ey! Hallo bitte! Und? Hallo bitte! Moment, wieso werden wir jetzt den Kill geklaut? Jungs, wir müssen als Team zusammenarbeiten Als was? Was? Mit euch, ey? Hat jemand was zu machen? Okay Zum Healen? Ja Ja, aber Ne Hier, Apostel, trink gerade! Ich seh's doch, ey! Was? Ich trinke auch mal was Hey, Jungs! Die fünf Verbände kann ich dir auch nicht geben, Felix Sorry Ein Verband bekomme ich, was ist das? Tipp mir leid, ich kann's nicht hören, dich! Hier liegt ein Medikit, Rina Dalu, du denkst an mich, weißt du? Oh Hier liegt kein Medikit, hier liegen nur Verbände Jungs, bitte! Da liegen nur Verbände Da sind nur Verbände, nimm sie dir doch Willst du geheilt werden oder nicht? Gegner 60, ein O Gegner eben Salty Wo gehen wir jetzt zuerst hin? Dalu, komm, wir machen das hier zusammen Okay, lass machen, Rebi Warte, ich schmeiß die Granaten Ich schmeiß die Granaten rein Ja, mach weg da Hau rein, Rebi Jawoll Direkt weggesprengt Einer down Oh, Minigun Krass, wieder abgehs Also, irgendwie warte ich noch auf eine High-Carrion-Round, ne? Äh, Gleiter von links Hier ist irgendwas geflogen Minigun! Yeah! Oh, Bro Von der left-hand side Viel Knappel Aber das war immer noch nicht der letzte von den Buben Oh, Gegner, was ist südlich? Dalu, vorsichtig, Dalu, vorsichtig Dalu, vorsichtig Einer low Einer fehlt Wo ist der letzte? Fuck, hier kann man einen bauen Danke, Dalu Oh, Gott, he's gonna finish me Nein! He's gonna finish me so bad, Bro Nein, mach da nicht Thank you Ich werd wieder allein gelassen hier Ich kann halt nur einen aufheben Im Zoll sind zwei Teams Okay Bis wir da sind, ist die Phase vorbei Oh, hier! Achso, das ist Rebi schon Rebi geht heim Ja, ich will da nah ran Gehner Osten Aufm Berg oben Relativ nah Okay, nicht schlimm Got him once Und wir sind Aber ich bin immer noch nicht befriedigt Ich möchte mehr. Versteht ihr? Gegner SO 120? Ja. Rewi, Rewi, Rewi. Super standing, Steven. Nur noch zwei Gegner. Wo hängt ihr denn alle? Kommt doch ran hier! Oh shit, what the fuck? There is actually someone behind me. Don't kill him, don't kill him. Please. Trap King? Okay, irgendwie brauchen wir mehr Action. Wir brauchen mehr Action! Oh my god! Fuck! Fuck! Du dummer! RENG! Das war's davon. Schaut bei allen gerne vorbei. Alle in der Videobeschreibung. Ciao. Disney. Mama-וכ learningerness. Jeeteen SpirUB auf das Help?! Wir suchen richtig doll. Wir suchen immer wieder mit der Videobeschreibung. Wir suchen wきます in unseren ersten ends. Sehr geil. We und die Cage.